Was ist mir wichtig, weil in gewisser Weise bin ich Angstpatient, habe mal ein böses Erlebnis gehabt als Arzt und es war mir ganz wichtig, dass ich Vertrauen habe, Vertrauen zu der fachlichen Kompetenz, aber auch zu der sozialen Kompetenz. Die Ansprache, die Freundlichkeit, das war für mich wichtig. Naja, ich fühle mich schon wie ein neuer Mensch. Ich habe fünf Jahre jetzt keine Zähne oder kaum Zähne gehabt und am Anfang habe ich immer versucht, das mit dem Schal zu verdecken. Es war halt peinlich, manchmal. Und das ist für mich jetzt ein ganz neues Erlebnis, wieder einfach offen, frei lächeln zu können. Das ist toll. Was will man sonst erwarten vom Leben? Ein bisschen Freude, Offenheit, das gehört einfach dazu. Selbstsicherheit gewinnt man, ganz klar. Super.